Ich freue mich sehr, Ihnen heute das HP Spectre 13 Notebook vorstellen zu dürfen. Unser neuestes Gerät, das wir vorgestellt haben. Es ist das bisher weltweit flachste Notebook. 10,4 Millimeter, 1,1 Kilogramm schwer, 13 Zoll Display. Es ist auch das erste Notebook, das das neue Premium-Logo von HP trägt. Man sieht es hier, es unterscheidet sich leicht zum Standard-HP-Logo, das man wiederum hier auf meinem Namensschild sieht. Man wird dieses Premium-Logo in Zukunft auf allen Premium-Produkten der Firma HP finden. Das Gerät kommt mit verschiedenen Intel Core i Prozessorausstattungen der sechsten Generation. Wir haben eine i5, eine i5 und eine i7 Ausstattung. Standardmäßig 8 GB RAM, 256 SSD. Wir haben eine völlig neuartige Technik des Notebook-Scharniers. Ich hoffe, man kann es erkennen auf dem Bild. Durch die Bauhöhe, durch die extrem schlanke Bauhöhe von 10,4 Millimeter, war hier die Neuentwicklung eines Notebook-Scharniers notwendig, nachdem jeglich bisher bekanntes Scharnier seinen Platz nicht mehr gefunden hätte in so einem Gehäuse. Man sieht, dass das Scharnier aus dem Inneren des Gerätes kommt. Das Display ist nicht hinten am Gerät festgemacht, wie man es klassisch von den Notebooks kennt, sondern wirklich an Schmuck angelehnt, kann man fast schon dazu sagen, eine Display-Scharnier-Lösung, die es uns ermöglicht, auf diese Bauhöhe zu kommen. Wir haben Kohlefasermaterial verwendet, auf der Unterseite, Bauseite dieses Gerätes. Wir haben ansonsten Aluminium an diesem Gerät verwendet. Wir haben eine vollständig neue Art der Kühlung und der Lüftung dieses Gerätes, die ebenfalls wiederum durch die Bauhöhe notwendig war. Wir haben ein Unterdruck-Kühlsystem, das in der Lage ist, einen Intel Core i-Prozessor kühl genug zu halten in dieser Bauhöhe und gleichzeitig minimalste Lautstärke zu generieren und minimalste Luftströmung zu generieren. Wir haben auch dieses Gerät, wie alle unsere Geräte, in Zusammenarbeit mit unserem Audio-Partner Bang & Olufsen kreiert. Man sieht hier die Lautsprecher, die hier sehr, sehr schön direkt neben dem Keyboard des Gerätes mit eingelassen sind. Sound optimiert von Bang & Olufsen, gleichzeitig auch optimiert für Kommunikation über zum Beispiel Skype for Business oder auch Skype for Privat. Ich habe Rauschunterdrückungen im Mikrofon. Ich habe entsprechend die Lautsprecher optimiert, zusammen mit Bang & Olufsen. Das ist das neue HP Spectre 13. Das Gerät wird im Juni im Handel verfügbar sein. Vorbestellungen können bereits platziert werden. Wir haben das Gerät zu 13,99 auf den Markt gebracht mit der E5-Ausstattung 8GB 256 und für 14,99 als E7 8GB 256. Das Gerät wird im Juni im Handel verfügbar sein.